Du glaubst nicht, dass ich immun bin, stimmt's? Habe ich recht? Wirst du mich töten? Ich bin eine von denen. Hörst du? Ich bin eine von denen. Und wir haben ein Gegenmittel. Was meinst du mit wir? Aber es wirkt leider nicht dauerhaft. Was war das? Ein altes Gebäude, hier gibt es öfterste in der Milchöhe. Ich überde mal die Nachricht. Ich bin hier der Einzige, der die Freaks draußen fährt hält. Hier gibt es kein Willkommen für euch. Hier in meiner Festung. Wir befinden uns im Freakszuschlag. Wir befinden uns im Kriegszustand. 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 Untertitelung des ZDF, 2020